Sprechen sie mit Wulgrim, was haben wir da? Was hat dann jetzt? So, können wir ein bisschen einkaufen gehen. Das ist doch gelohnt, mal einfach zu machen. Äh... Ob das hinkriege? Ding, der ist gar nicht so schwer. So, nimm ich den mal. Wollen wir noch den Dämonen... Ne, wir nehmen einfach den Dämonen zu deinen Augen mit. So... Okay, das war's. Hast du schon? Hast du schon? Das können wir weiter machen hier. Ach, was willst du denn? Ja, so... Ach Gott, was will der? Ja... Der natürlich auch. Ja, muss nur mit diesen ganzen Befehlen noch klarkommen. Irgendwie so und dann so irgendwie was. Ah ja, okay. Muss da irgendwie... Hier ja schon hin. Hehehehe. Ah ja, okay. Ein paar... paar neue Moves können wir ja jetzt schon. Ach, wo werden die denn alle von mir? Ich hab nichts mehr verkaufen. Hab ich immerhin gesagt. So... Okay, jetzt können wir mal da hin, zu diesem Turm da hin. Komm ich da... komm ich denn da hoch? Dann dieses Gebäude rein? Aber das ist doch... Komm ich doch noch nicht hin, oder? Ich weiß nicht. Probiert man da lang zu laufen. Aber ich glaub, da kommt man doch gar nicht hin. Boah. Boah. Oder doch? Hm? Da kommt man irgendwie... Da muss man... Kommt man wohl hoch, aber nicht von hier. Dann gehen wir mal diese Tür und mal weiter machen. Mal weiter gehen hier. So, jetzt geht's hier weiter. Da sind noch Seelen drin. Und doch Seelen. Hehehe. Verdrück mich immer. So. So. So, mal gucken. Wer ist... Ist da? Ist wer? Hallo? Ist hier wer? Nein? Keiner zu Hause? Keiner zu Hause. Hier geht's weiter. Ähm. So. Mal gucken. So die Kanalisation wie immer. Je und je. So. Hier geht's dann nicht weiter. Muss ich mal hier lang. Ach guck mal. Was hängt denn da? An der Wand. Äh. Hab aber da nix zu werfen. Da unten sind Autos. Ach, das war jetzt schlecht. Komm her. Komm her. So. Da drüber mit Lebensenergie. Auch nicht schlecht. So, da muss ich wahrscheinlich hin. Aber wenn wir hier noch ein bisschen gucken. Ach da. Guck was haben wir denn da. Keine Seelen. Keine Seelen. Keine Seelen. Doch. Doch Seelen. Und wieder ein bisschen Geld. 300. 100. Ja. Ja. 100. Ja. Ja. So geht's natürlich auch. War aber eigentlich nicht so beabsichtig. Aber egal. So. Okay. Und dann rüber. Und dann. Ah. Hab ich ihn erwischt. Oder was. Hab ich ihn erwischt mit. Tatsächlich. Da unten komme ich auch noch nicht hin. Da ist auch noch zu. Da sind ja diese Barriere wie hier am Anfang. Die da am Anfang auch war. Ja. Bisschen weg. Und. Alles Überreste der Menschen. Ja. Alles bisschen Seelen. So. Okay. Hier ist nix. Hier ist nix. Warte. Doch. Hier ist was. Irgendwo. Ach. Guck mal. Guck mal was da ist. Oh. Oh. Komm her. Erh. Ferdrück! So. 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 Oh. Das hat weh. So. Hier sind wir wieder ein bisschen durchkämpfen hier. Ja, was soll die denn? Hilfe! So, Chaos-Fressor hat volle Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. Er wird, er steigt doch mal auf, je mehr man damit kämpft desto stärker wird er auch. So, so weitermachen, danke. Okay, dann sind wir hier recht gut durch. Wir gehen jetzt weiter. Noch noch einer? Nein. Ja, das Problem ist mit dem Zielwechsel, das Problem ist, wenn ich einen anwesigen muss, da kann ich mich nicht groß bewegen und muss dann noch ein zweites Stick nutzen. Das kann ich irgendwie nicht. Also, quasi, ich muss dann drei, vier Tasten gleichzeitig drücken. Also, oben anvisieren, dann Zielwechsel und Lauf und Kämpfen nebenbei auch noch. Also, das wird alles von mir zu Händen. Kann ich doch gar nicht. Die eingeschüttete Treppe. Ah ja. Okay, hier geht's dann weiter mit dem nächsten Abschnitt. Ah, was wollen die denn? So, den wollen wir auch fertig machen. Den auch. Und der, den auch da. Ach, was wollen die denn? Ach, was wollen die denn? Was? Komm her! Lass uns doch einmal greifen, Mann! Haben die ewig Zeit. So, okay. Hier geht's dann. Haben wir hier? Hm. Werfen wir da hinten hin. Tschüss. So, ja. Und hier. Was ist jetzt hier? Das ist ja der Turm, wo der Endkampf stattfinden wird. Irgendwann in... 100 Pass oder so. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Hoffe auch nicht zu lange, weil zu lange ist immer anstrengend. Zum Let's Playen. Ähm. Ja. Übrigens, ja. Ich brauch übrigens keine Tipps von wegen. Kauft doch das und das und das. Ne. Will ich nicht. Ich will solche Tipps nicht. Ich will nicht, wie man sagt, wie man spielt. Das mag ich echt nicht. Ich will einfach nur... Ich spiele einfach und ihr müsst mit der meine Sendung leben. So sieht das aus. Weil, ja. So ist das nun mal. So ist das nun mal, dass ich, ja. Das Spiel nicht kenne und daher auch vielleicht einfach was falsches kaufe. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Die Schlucht. Das war jetzt... Ziemlich doof. Das war jetzt doof, ja. Gut, das kann man natürlich kritisieren. Von wegen, guck doch mal hin, wo du hinläufst, ja. Das sieht so aus. So sieht's aus. So. Ich muss ein bisschen Lebensenergie holen. Was ist hier unten? Mal gucken, ist hier irgendwas... Ja, Lebensenergie. Super. Freu ich mich. Noch so einer, guck mal. Paar Zombies. Zombie-Alarm. So. Das ist alles Lebensenergie, die man gebrauchen kann. So. Mal gucken, wo es hier lang geht. Wie kann man denn tauchen? Warte mal, wie gehen wir denn tauchen? Ah ja. So, hier irgendwo. Ah ja, hier ist... Komm her. Stück des Lebensener. Das sind drei Stück. Lohnt sich ja richtig mittlerweile, ja. So. Vielleicht haben wir schon einen voll. Das ist schon mal toll. Können wir ein bisschen mehr aushalten. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Können wir uns ja auch gut gebrauchen, wahrscheinlich. Wer röchelt denn hier so rum? Ach, noch ne Vulkan-Position. Wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Habe ich auch schon genug... Was gesammelt? Was zu kaufen? Aber tatsächlich. Aber ein Läufer will nur ein bisschen sparen, denk ich mal. Ich will alles ausgeben gleich. Aber lass was mal. Gott, was macht der? Wo hält der sich überall auf? Unglaublich. So, jetzt hier hoch. Ach, was ist denn hier los? Ja, wir sind ja mit leider wieder aufgerüstet. Mit leider sind wir aufgeladen. Na, keiner da? Geht nach oben. Warte mal. Ne, ich wollte dahin. Ich wollte zur Karte. Mal gucken, wo wir jetzt hier eigentlich hinwollen. Äh... Da war ich eben... Da... Irgendwo ganz rechts. Da müssen wir irgendwo auch hin. Aber wir müssen mal nach oben. Wie es aussieht. Ah, genau. Wir müssen ja mal über... Durch diese... Da... Ich ging jetzt nicht hoch. Klare Sache. Klare Antwort. Mal gucken. Dann geht sie hier hoch. Ähm... Mal gucken. Ja, da oben. Das sieht aus, als würde ich hier hoch gehen. Was willst du? Mal mehr. Ja, das tut eigentlich auch ziemlich weh. Ich bin mal der Meinung, das muss ziemlich schmerzhaft sein. Also... Na ja, gib mir dein Geld. Gib mir deine Seelen. Ah, das ist mir ja tausend. Damit sie wirklich schnell an hier. Aber wiederum alles teurer leider. Warum ist das so? So... So... Das muss ich jetzt hier machen. Darüber. So... Und... Angekommen. So, jetzt sind wir hier rüber geflogen. Jetzt geht's hier weiter. Ähm... Alles in einem Rutsch hier. Was wüns dann? Wir fliegen da immer hin und her. Ach, das hat nicht geklappt. Das wäre bestimmt schön gewesen. Ohne in der Luft zu... Tja... Euch mal hinwerfen. Tschüss. Da Turns auch wieder so eine... Ja, muss auch alles ziemlich plösslich hier gekommen sein, weil hier sind aber Z tul nos noch 100 Teil Betterability 듬�ить. Also... War das die letzte Schlacht, die war in der ersten Mission erlebt haben? Ich weiß es nicht. O chapter 3 So. Und noch einen. So, Lebensstein. Voll. Super. Haben wir jetzt einen, jetzt haben wir einen zweiten Lebensbalken. Das ist sehr gut. Sind noch ein bisschen besser dran als vorher. Man soll die mehr aushalten. Das geht dann ganz wieder von vorne an, im Grunde. So. So. Da kommen die Seelen. Das hat sich mal angeflogen. Die Seelen wollen zu uns zurück. So, hier geht's jetzt rüber. Da müssen wir jetzt hin. Oder wie? Da muss ich jetzt stehen. Ne? Ja, müssen wir irgendwo da rüber. Machen wir's mal. Oh, ich kann mal den gesprungen auch, diesen Flug. Ah. Ah, woher? Ja, da hat's aber nicht explodiert. Deswegen gab's jetzt kein. Kein Geld. Sauerei. Auch kein Geld. Verdammt. So, hier müssen wir jetzt rüber. Okay, jetzt geht's. Da löst doch Mattock auf. Was ist das denn? Äh. Der ist böse. Ähm. Der wirft uns jetzt. Warte mal auf. Ja, mach ich jetzt. Der will was von uns. Sollen wir den nicht mehr abhauen? Kann den gar nicht. Ja, da müssen wir uns wohl ihm stellen. Was war das denn? Was war denn das? Boah, Hilfe. Meine Güte. Verdammt, nochmal. Ah, verdammt. Was? Oh, zu B zu B zu B. Jetzt aber. Aua. Autsch. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das ganze hier die ganze Zeit überstehen. Ich weiß es echt nicht, weil... Wir spielen nicht sonderlich gut. Ich spiel nicht sonderlich gut hier, aber... Bisher bin ich nur an diesem komischen... Musketiertypen da gestor... ...gestorben. Ein paar Mal, ja. Aber nicht an diesen Gegnern hier. Ah, hier geht's dann rüber. Ja, ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht die Kategorale sein. Ja, ne. Das sieht aus wie ein Hochhaus. Gibt Geld. So. Jawoll. Dann lohnt sich das wieder richtig einzukaufen. Einkaufen zu gehen. So. Was wollen die denn hier? Was ist das da? Was wollen die denn? Was wollen die? Das ist schlimm mit denen.